Was da ganz wichtig herauszuholen ist, dass es nie von diesem Zwang abhängen sollte, sondern wie wir es ja auch immer gesagt haben, also das Wesentliche ist beim Design vom Besprechen ist, dass man wirklich im Blick hat, was soll denn dort rauskommen oder was soll dort konkret an Arbeitsformen gemacht werden. Weil jetzt während du erzählt hast, habe ich dann gedacht, ja ist eigentlich ganz interessant, weil so ein Team-Tag wäre mit den Strukturen einfach ein komplett anderes Ergebnis hybrid, weil eben dann hättest du halt die Hälfte oder sage ich mal fünf Menschen wären in einem Raum, vielleicht am gleichen Tisch und dann schaltet man zwei Menschen dazu und dann soll man aber gemeinsam vielleicht an einem Projekt arbeiten und brainstormen und ich stelle mir das gerade einfach sehr schwierig vor, das halt tatsächlich in dieser lockeren Arbeit rüber zu bringen. Wenn es darum gehen wird, dass jeder, dass wir einfach nur zusammenkommen, um unsere eigenen Arbeitsbereiche kurz zu präsentieren und wir dann aber quasi separat brainstormen, okay dann kann ich auch Hybriden machen, weil dann bin ich nicht davon abhängig, wie ich mit den anderen Menschen kommunizieren kann. Also ich finde, das ist eine Sache, die eigentlich sehr schön ist, weil es unterstreicht wieder diese, quasi die Kernfragen bei Besprechungen, nämlich was soll der Sinn sein, was soll man dort mitnehmen können, wie soll man arbeiten können, wie soll man kommunizieren können und dass man dann basierend auf den Fahgestellungen halt seine Besprechungen plant, das finde ich eigentlich sehr gut aus dem Beispiel herauszulesen irgendwie. Vielen Dank.